Filmfans kennen dieses Problem, man gibt einen Titel in die Suche ein und findet wahnsinnig viele Filme, weil offensichtlich die Titelgeber nicht kreativ genug waren, um sich für jeden Film, der gedreht wurde, vielleicht ein eigenes Wort einfallen zu lassen. So ist auch der Tollwütige ein Titel, den mehrere Filme spendiert bekommen haben. In unserem Fall geht es hier allerdings um den Tollwütigen von Sergio Grieco mit Helmut Berger und Marisa Mell. Und bevor wir zum Hauptcover kommen, muss ich zuerst einmal auf das Backcover schauen, weil was ich nämlich immer wieder wahnsinnig genial finde, ist die Tatsache, dass wenn auf dem Backcover dann die Schauspieler erwähnt werden, man natürlich immer darauf hinweisen muss, wo die noch überall mitgespielt haben und man da sich natürlich bemüht, irgendwie die größten Blockbuster ihrer Filmkarriere auszupacken. Und auch hier steht Richard Harrison aus Ninja Terminator. Ernsthaft? Aber gut, wer Godfrey Ho kennt, weiß, dass man hinter den Namen von Richard Harrison noch ungefähr 200 andere Filme schreiben könnte, von deren Existenz unter anderem nicht einmal Richard Harrison weiß. Aber noch besser Marisa Mell, Klammer, nackt über Leichen. Würde mich irgendwie freuen, wenn da noch eine zweite Klammer danach kommen würde mit Nein, nein, das ist schon der Filmtitel, nicht etwa ihr privates Hobby. Aber egal, wir schauen hier auf das Blu-Ray-Media-Book von XS, das ich mir in dem Fall gegönnt habe mit dem roten Cover. Es gäbe noch eines mit dem gelben Cover, was mir ebenfalls recht gut gefallen hat. Aber irgendwie fand ich es irgendwie interessant, einen leicht abgemagerten Spreewald-Gurken-Besinger hier zu sehen mit einer Pistole, wo ganz ehrlich, diese Dinge können schießen. Also kann man natürlich auch so einsetzen, aber wie ich finde, ein wirklich schön gezeichnetes Cover-Artwork. Was mir da nämlich ganz besonders dran gefällt, ist irgendwie, wo da beim Hintergrund so ein bisschen das Design aussetzt. Es ist hier bei den Gesichtern wirklich wahnsinnig schön und wahnsinnig fein auch gezeichnet. Gefällt mir echt gut, auch wenn hier unten vielleicht ein bisschen zu wenig abgeht. Aber ist ein gelungenes Artwork, ist übrigens auch ein schick gemachtes Media-Book in dem tollen Leder-Finish. Auf dem Backcover halt das Übliche. Interessant vielleicht noch als Bonus zu erwähnen, neben dem Audiokommentar von Markus Stiegel-Egger auch noch die deutsche Videofassung mit dabei. Der Film ist in dem Media-Book sowohl auf Blu-Ray als auch auf DVD enthalten. Auf der Blu-Ray ist dieses Motiv aufgedruckt, was mir eigentlich ebenfalls recht gut gefällt. Und auf der DVD dann jenes. Wie von XS gewohnt haben wir ein Innen-Artwork, das aus, in dem Fall, einem durchgehenden Motiv besteht, das allerdings nicht als komplette Innen-Artwork ausnimmt, weil man auch hier mehr oder weniger seinen Hintergrund gemacht hat, der in dem Fall so ein bisschen flammenmarmoriert aussieht. Und ein bisschen mit dem Farbroller dann quasi drüber geklatscht, das tatsächliche Bild. Sieht aber irgendwie nicht schlecht aus. In der Mitte eingeheftet dann das Booklet mit eben auch anderen Poster-Motiven und so weiter geschrieben von Thorsten Hanisch. Einige Bilder aus dem Film noch ebenfalls mit dabei. Macht einen durchaus gelungenen Eindruck, wenn gleich dann zum Schluss offensichtlich der Text recht schnell ausgegangen ist. Aber das macht nichts, weil, hey, der Typ wurde gezeichnet von der Dame, die den Jesus restauriert hat, oder? Ich meine, ganz ehrlich, wie hässlich kann man ein Filmposter zeichnen? Das ist ja unfasslich. Das allerdings noch ein Cover-Artwork, das mir eben relativ gut gefällt, das dann auch auf der Blu-Ray verwendet worden ist. Ist ein schickes Mediabook von XS auf den Film. Bin ich dann auch durchaus gespannt. Bis zum nächsten Mal.